hallo und herzlich willkommen zurück zum LS 19 Let's Play bereits schon in der 14 Folge ich habe das jetzt nicht so gut überlegt dass ich jetzt gerade so dass es den Anfang so geil machen wollte mit dem Bild und habe dabei noch der Elf stehen gelassen mein erstes Mal ja was machen wir wahrscheinlich diese Folge wir werden wahrscheinlich noch fertig das Gras mähen und werden die Kurve noch steiler machen wenn sie so langsam schon so das ist schon das dritte Mal dass wir Gras mähen fällt mir gerade so auf dann mal gucken vielleicht fangen wir sogar noch in diesem Video an und also also wir fangen dann vielleicht sogar noch in diesem Video mit nicht mit Schroder Mensch wer heißt denn das andere hier mit dem Wenden an ich denke mal das sollte auch theoretisch relativ schnell gehen glaube ich was ich jetzt mal so behaupten oder hab keine Ahnung ob ich glaube das geht schneller also relativ schnell könnten wir sogar eventuell in dieser Folge schaffen wenn wir hier noch das DRS einschalten und mal Gang hochschalten hier in unserem Deutz versteht sich so jetzt machen wir hier eine schöne rundgenuckelte Kurve draus ich halte jetzt meine Eckart die ganze Zeit ungefähr 90 Grad und das war aber ein bisschen zu gut gemeint da muss man wieder bis hin weggehen ja Alter ja komm dann wollen wir ja auch gleich so einen tollen Kreis draus hey jünger Alter Markus was machst du denn Markus Markus hat keine Ahnung wie man mit einem Mehrwert umgeht so könnte man diese Folge auch nennen mal wieder die Sichte ein bisschen besser machen so so wir nehmen schon das krass mit hier vorne jetzt macht eigentlich relativ wenig sind weil das ist ja eigentlich nicht der Sinn denn da ist naja egal wir sind doch hier auch noch in Game ne we are not real we are in the game in the Alice 90 game on the course it is not very real the game uh the game has noch very viel Potential das heißt Potential auf Englisch genau und wir haben letztes Mal äh meine tolle Freundin ähm getroffen also beziehungsweise haben sie mal gehört oder würde ich sagen frag ich sie gleich nochmal ok Google Google Übersetzung translate.google.com genau von Deutsch in was hatte ich ihm vorhin gesagt das Spiel hat noch sehr viel das war erst mal kurz mein kleiner mein kleiner Google Übersetzung Potential jetzt hab ich sie da jetzt hab ich sie zum schnell eingehen Potential wir haben das geschrieben Potential da steht's Potential ja sag mal Potential heißt es bestimmt oh Alter ich bin ich ich wusste es einfach Potential Potential und auf Deutsch nein Potential ja es hört sich halt immer so ein bisschen abgehakt an weil so gefühlt kugeln nur ähm wenn wir das so machen wie wir das jetzt wie ich's gerade gemacht hab ähm dass das sich immer so schön abgestückelt anhört so wieder zwei Minuten übertrieben gesagt von dem Video wieder vergaukelt nur mit meiner Freundin so so äh doch sehr sehr elegant würde ich an dieser Stelle sagen äh ich krieg die Kurve nicht ja hast du es gehört ich krieg die Kurve nicht Alter da krieg ich ja ein zu viel krieg ich da ja das war jetzt mein Challenge die ganze Folge über so zu reden ja ja meine lieben Freunde dann fahren wir jetzt erstmal hier rum fahren dann gleich hier wieder zurück und mir das bisschen mitzunehmen ja gut da ich bin übrigens die Brigitte ja äh ich bin ja ich bin ich überhaupt äh ich bin Markus ein Assistent also ich bin natürlich besser als die Google wisst ihr wie ich meine ich bin halt Brigitte halt also das rein sicherer ja so da fahren wir ein bisschen zurück so oh noch der Hälfte überfahren ja ihr merkt ich ich bin nicht so gut hier im Traktor ja ich bin halt ne Frau ich ich kann das halt nicht so gut heißt aber nicht dass andere Frauen das genauso scheiße können wie ich ja ja ihr merkt schon ich ich arbeite gerne mit Kraftausdrücken und ja meine lieben Freunde so dann nehmen wir hier noch elegante Kurve eine kratzende Kurve natürlich wie so eine alte Katzelle meine lieben Freunde so kriegen wir hier die Kurve oh ja aber da müssen wir ein bisschen ein bisschen runter bremsen müssen wir da hier ansonsten hier kommen wir ja nicht rum so und jetzt machen wir mal einen auf richtig cool und fahren wir rückwärts ja oh ne lieber nicht das ist mir ein bisschen zu rasant so ich hab das jetzt erstmal seit zwei Minuten gemacht hier das Rumgeräte mal gucken wie lange ich das hier noch aushalte die Abmoderation wird auf jeden Fall lustig das sage ich euch meine lieben Freunde ja 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 das war's aber eigentlich schon was ich euch zu sagen hatte dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like da wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt äh warte stand noch mal auf dem Zettel wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt Abo und die Glocke aktivieren ich wünsche euch jetzt noch ein was ist denn heute wunderschön Samstag tschüss bis dann nein Quatsch so jetzt bin ich mal hier wieder am Schlüssel meine lieben Freunde ihr habt schon gehört Brigitte ist nicht so gut ähm ja mit moderieren ja also Brigitte ist halt ne bisschen anders als wie ich ihr merkt das schon das war auch mal sowas und mann in diesem Mann ganze Folge Challenge wo ich nur irgendwie keine Ahnung Bayerisch Räder oder irgendwie sowas ja auch reilig das kannst wir einmal machen ja ich würde sagen dann geht's die nächsten drei Minuten mit Bayerisch und Mutter was sagt die Witz der Freilich kommt das Moment ich versuch's mal ja also wenn vielleicht auch mal irgendein Bayer damit zuguckt denke ich auch nicht bei den 15 Mann naja kann ja auch sein ne korrigiere mich bitte wenn wir jemanden dabei haben und jetzt hat's sagen geht weiter mit dem Video und natürlich machen wir auch jede Abmoderation und diese Sprache meine lieben Freunde so dann nehmen wir ja nochmal schön die Körper und sie wird mein Ball an ein Bier hin so ich würde sagen wir machen gleich Abmoderation wenn sie euch gefahren hat lasst gerne Like und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt ab und die Glocke aktiver ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Montag ein wunderschön starten die Woche und ich sage tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal tschüss bis dahin ja am Ende bin ich jetzt noch ein bisschen von Bayerisch Schreck gewischen ja da machen wir jetzt nochmal zwei Minuten in kommende Hochfrequenz so meine lieben Freunde dann drehen wir hier jetzt nochmal ein bisschen rum ja jetzt sind wir schon bei der 8 Minute die wir rummähnt ja ja Wissenschaft mäh 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 wir hatten wir schon die Mädchen und deswegen würde ich sagen wenn sie euch fallen lassen wenn ihr laba 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 und bis dann so 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 die restlichen Folge mach ich jetzt auch mal weiter ich kann mir das nicht mehr anhören ja m das waren alles so die Sprachen die ich alles so kann ich kann relativ eigentlich gut denke ich mal stimmig mit ihren jetzt zum Beispiel gerade ich spreche für das Spiel geht von Captain Quark meine Mutter sagt immer zu mir ich kann später mal ganz leicht Geld verdienen wenn es auch so bleibt ja also jetzt so mit den Stimmen sagen wir mal hier mal kurz wenn wir hier mal in den Schatten fahren wollen wir mal kurz das Arbeitslicht an und sonst sehen wir ja nix mehr okay okay die nächsten zwei Minuten rede ich jetzt noch so so dann fahren wir jetzt so relativ so hier so nun mal gucken dass wir ja nix stehen lassen meine Freunde so dann drehen wir ja bissl ein oi 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 was ist das denn so und da wo die Sacken ist das jetzt auch schön die vorletzte Reihe die wir fahren und da muss ich auch noch weiter so oh oh jetzt sind wir aber zu früh eingepacken das können wir aber nicht so lassen so jetzt fahren wir hier nochmal lang da haben wir das auch nicht genommen so knapp eine Minute ist schon vorbei und müssen ja fertig das läuft ja wie am Schneechen meine Freunde ja aber jetzt hat mich einer an den Mikrofon gerommelt was ist das denn für eine Scheiße so so jetzt stellen wir natürlich wieder das Mehlwerk wieder rein so dann klettern wir hier hoch so und jetzt fahren wir hier rückwärts rein so ja und dann aber die Sacken machen wir weiter mit uns Rementa ist das der? ja ich glaub's ja ach ja das ist ja das ist ja die blöde Kuh ja das ist ja stimmt ja genau wir müssen ja hier scheiße Challenge ist verloren ok trotzdem warte jetzt stimmt das müssen wir ausklappen sonst kann man das ja nicht abhängen das ist ja eine Schleute meine Freunde das sage ich so jetzt jetzt gehen wir raus so jetzt gehen wir hierher machen das ab hängt das ja was ist das denn ist ja schon aufgekloppt ah ja jetzt müssen wir das erste mal runterfahren meine Freunde habt ihr es gesehen jetzt gehen wir hierher machen das ab jetzt nehmen wir die Wände ja das was ist das denn für eine kleine Schleute na egal wir müssten ja nochmal 2-3 Minuten noch damit arbeiten so jetzt hängen wir das hier an machen hier das noch dran keine Ahnung wie das heißt wenn ihr das wisst ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben jetzt fahren wir raus wo anheben wir ja auch nicht schlecht so dann entfalten wir das einmal wie ein Schmetterling so jetzt gehen wir wieder rein so jetzt fahren wir mal runter so wo geht es denn das an ja ich glaube ich drücke mal L1 was oh ja das hat gestimmt hier mit meinem Sideboard was ist das die Ferne ah ah jetzt oh ich brüße ja alles überall hin egal Challenge Gewährung so jetzt jetzt picken wir langsam nach rechts ein elegant so jetzt haben wir das auch gemacht das und jetzt sollte eigentlich nicht mal wegstehen mein Freund ich sage tschüss bis dann so mein Liebbruder das war ein Spruch vom Traumschiff vom Traumschiff beziehungsweise Raumschiff Surprise Periode 1 jetzt spielt von Michael Bulli Herbig Prozent Stimme nachgelegt von Markus Let's Play ja das kann ich eigentlich einen ganzen Tag machen so rechten wird es spät geht aber klar ist halt mein Stimmband ja es wisst ja wie meine meine Freunde sorry schau zu in die Kommentare wie ihr das findet also ob sich relativ genauso an wird beziehungsweise ob sich ja nicht so gut anhört beziehungsweise ob sich relativ identisch anhört oder nicht und da würde ich sagen wir fangen gleich weiter hier meine Freunde so jetzt fangen wir hier schön hier wir fangen halt schön eine Karte so wir machen uns jetzt aber wie ein kleines Quadrat sozusagen wo wir mal anfangen das mache ich immer mal gerne solche kleinen Flächen dann jetzt wird es sagen pick mal hier rechts auf meine Freunde so no 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 I haven't found I haven't found today I will speaking über über wending the grass you can see it the wender schmeising the grass hoch entwenden entdrehen das dabei so dass heute raus wird weil Sonneneinstrahlung Hitze und deswegen wird es getrunken ich würde auch dazu sagen das wird jetzt in Rost meine liebe Freude also manchmal frag ich mich selber was ich so alles vermisst manchmal aber kenn der ja sicherlich auch so aber erstmal wird das Stimmbänder bis ich schon nachdem mal hier so zu zählen gesprochen hat meist der Wiener so gut genug rumgelabert wie wir sagen einfach nicht labern sondern arbeiten oder wenn wir oben an der Küste sagen würde wenn ich mal nicht lang gestorben kommen kommen so dann sie das noch ein bisschen gut und so ja so aber ich glaube mal wenn ich diese Struktur ein Krieg und sie das europäische Bestes aus meine lieben Freunde so zum ersten Mal zum Orten Sparte ist aber auch nützlich denn sie sind ja voll die kleinen die auch hier nach um um mal die die zumal die zumal die zumal die um um hat sich wundert nein ich habe manchmal keine 3 auf der Kessel wenn ich aufnehmen da habe ich auch noch gar nicht ich bin noch keine 16 also still auch gar nicht ich ich komme da auch nicht dran bin ich ganz ehrlich ich hab da mal mit Papa mal kurz dran ihr dran rumgenippelt an Bier ich gehe bläh 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 ne also da krieg ich mich nicht dran ne da bin ich also was sowas angeht bin ich komme daraus ich glaube auch nicht dass ich zu meiner Jugendweihe äh überhaupt was trinken hatte denke ich nicht mehr ne ich bin ich finde das auch irgendwie weh ich weiß nicht das genauso wie rauchen komm ja nicht so dadurch dass er meine Mutter raucht und wenn ich dann immer mal langlaufen bläh das jetzt mal hat er hat nicht um kann dann der Wind zu mir und ich natürlich die ganze Rauch voll eingeatmet da wäre einmal ich durch gehabt durchgeatmet weil ich um um vom Fahrrad fahren nach Hause gekommen bin beziehungsweise ich bin mal und das Dorf fahren hat natürlich wieder Vollgas gegeben wie ich halt bin ne fix und falsch und auf einmal ähm zieh ich diese Luft voll ein Ohr Junge das Ohr Junge da hatte ich auch erhusten du das sag ich dir immer äh das war ja das war so das nicht vor allem wenn das auch noch so richtig oder vorher war schon mal eine Fliege verschluckt ich glaube sogar zwei also das ist ja auch das schlimmste was man haben kann also einmal war es gar nicht so schlimm und das und dann ist aber das erste Mal was schlimm ich habe drei Liter getrunken auf Deutsch übertrieben gesagt so gefühlt zumindestens und es hat immer noch weh getan wie die Pest als nicht weh getan aber halt so so ach na wie haben wir sich verschluckt halt so dieses so wehtun halt so in diesen Hals so wie wir wollen ja wie wenn man sich halt verschluckt oder wie wenn sozusagen der Halskratz es war so widerlich aber man muss so sehen zwar wenig paar Proteine für mal klein Körper tja man muss alles ein bisschen positiv sehen auch so Stromausfall Aua also mit das Problem manchmal ich hab ich hab's auch schon nicht so oft an diesem Mikro grammelt das Problem ist eigentlich da dran dass wenn du sozusagen das ist ja links an meiner Backe dran ne also ich hab ein Hetzert auf so und nach einer Weile irgendwann siehst du das ja nicht weil du ja nur auf den Bildschirm fokussiert bist und irgendwann übertrieben gesagt realisierst du das auch nicht mehr so und dann nimmst du das dann und dann willst du dich mal kurz kratzen weil keine Ahnung Backen juckt oder sonst was oder war mal bam rums das erste mal eine mit das erste mal eine mitgegeben so rums dann das zweite mal eine mitgegeben so so ach ja eh scheiße alter ich kriege die Kurve nicht ach so ach so ja genau letzter Glanz kann ich auch noch ein bisschen aber nur so ein bisschen weißt du na so ich muss mir das Mikro nicht erinnern weißt du aber nur so ein bisschen aber nur so ein bisschen anders ist es ja nicht weißt du also wie schon gesagt schreibt sie mal in die Kommentare aber auch bitte wirklich jeder der das guckt in die Kommentare schreiben ob sich das gut anhört oder also mittelmäßig oder ob ihr das voll feiert oder beziehungsweise ob ich da mal mehrere ähm Folgen davon machen soll also jetzt wo ich halt so spreche oder mehr solche Challenges wo ich dann halt mal so eine Folge lang nur so spreche ich habe keine Ahnung wer ist der Glanz oder so ich glaube als der Glanz hat ich nie bekommen aber wird euch Bock das könnte ich schon schaffen nein die Folge lang seit 20 Minuten das das könnte ja hin kann meine Freunde aber ich weiß es nicht ich schreibe es gerne in die Kommentare das wird sich freuen ja das sind mal die etwas anderen persönlichen Seiten von mir obwohl hat das was mit Persönlichkeit zu tun ne eigentlich nicht aber das sind halt so seht ihr jetzt mal sozusagen die andere Seite von mir das heißt seht aber ihr hört es ihr hört mal weil sie ihn können mich ja nicht oder vielleicht doch hat der Monitor irgendwo ne kleine Kamera eingebaut ich denk es nicht ich hoffe es nicht ich stehe mich hier filmen mir weiß ich manchmal für Gesicht das hier ey so aber was jetzt schön ist in der 12. Folge hat ja alles hier ne in der 11. ja in der 11. und 12. hat er ja alles so schön rumgepackt was jetzt aber nicht mehr ist also das das freut mich der Freude die Spucke das die Scheiße nicht mehr da ist das Sacke so so das lege ich immer mal wieder die Platte mit Spucke auf hier mir ist doch langweilig die Hobby YouTuber sitzen doch einen ganzen Tag nur da und schlafen bis um 10 nein so ich glaube das Feld noch mal jetzt hier noch und da war es erst mal mit dieser Folge da war es erst mal mit dieser Folge wir können wir können ja noch mal ein bisschen reden wie Brigitte so gut jetzt schworten wir mal das hier nochmal da will Geldbauer sag ich ja wo so gut ja das war mal so wie soll ich sagen so das kleine Imitations beziehungsweise Stimmen nachmachen beziehungsweise Stimmen entwerfen ähm Folge ja ja so so an der Nordseeküste am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten am Land so also immer wenn ich so hin und her fahre so in Schlängellinien singe ich und wenn ich die ganze Zeit nur eine Kurve dann muss ich diesen Ton beibehalten wieso ich schau wie heißen die äh die hier in der Opa singen wie heißen die nochmal so scheiße ah da sehe ich doch noch was wie heißen die denn nur gibt's die so heißt auch ne Stimmenlage äh bei den Männern ich komm nicht drauf dann wie sie dann sie blöden Schatten näh da krieg ich nicht ein zu viel so fünf Stunden später und nur wieder rumgeräumt hier so kennt man mich ach ja ja die Kurven die werden immer schlimmer so wie man rumgelaber so wie man rumgelaber so 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 ja steckt man wir sind in dieser Folge auch relativ eigentlich viel schon geschafft haben in der nächsten also wenn es nicht mal wieder später machen wir es genauso wieder mit diesen Einteilungen war eigentlich das Geld was man machen kann ja und würde ich sagen meine lieben meine lieben Freunde wenn es euch fallen hat lasst gerne einen Like da wenn ihr keine Videos mal verpassen wollt das Abo um die Glocke aktivieren damit ihr auch gar keine Folgen mehr verpasst zumindestens mit der Glocke ja ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Montag einen wunderschönen Start in die Woche und ich sag tschüss bis dann